Gutti meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires, dem ersten Teil in der Definitive Edition. Wir gehen wieder zurück in den Einzelspieler, in die Kampagne und natürlich in die Einführungskampagne der Aufstieg Ägyptens. Wir haben schon sehr viel geschafft, werden aber noch mehr schaffen. Unser Volk hat viele dunkle Nächte überdauert und endlich erwacht Ägypten zum Aufgang einer neuen... Bla bla bla, wir sollen tatsächlich ein Weltwunder bauen. Und ich gebe mir natürlich die größte Mühe, das dann auch wirklich in die Tat umzusetzen, was gar nicht so einfach wird. Wir haben schon mal Leute, die eine Farm haben, werden das auf Dauer stellen. Ihr beide, einer kann hier oben Gold holen, baut dafür aber bitte nochmal ein Lagerhaus. Viel Erfolg, viel Spaß für dich und denk das nächste Mal an mich. Wir haben noch ein bisschen Fleisch übrig. Nehmen ganz, ganz viele Dorfbewohner, die dementsprechend für alles andere sorgen. Du kannst hier oben helfen. Hilfst aber von der anderen Seite, damit du dann auch gleich Gold holst. Und die restlichen Leute werden dafür eingesetzt, das Gold bzw. das Holz abzubauen. So, der nächste ist da. Herzlich willkommen, du kannst ebenfalls Holz fällen. Viel Erfolg. Und wir nehmen schon mal bessere Fischerboote. Dafür brauche ich noch 10 Nahrung. Und 100 Holz. Das müsste relativ schnell klappen. Du kannst schon mal rüber gehen und weiter Holz sammeln. So, damit kriegen wir die Fischkutter. Wunderbar. Du bist ein Handelsboot. Du kannst schon mal durch die Gegend ziehen. Gegebenenfalls findest du irgendwo einen Hafen. Erbaue ein Weltwunder. Und wofür ist das hier, um die Steine zu bekommen? Das kann durchaus sein. Guck mal, da ist ein Handelsboot. Wo kommt das her? Und warum ist es bei mir? Ihr könnt auch ein bisschen Holz sammeln. Warum bist du hier? Und wo kommst du her? Und wo könnte der andere Hafen sein? Wir haben keine Ahnung. Aber wir werden es bald herausfinden. So, du wirst jetzt schon mal die nächste Farm bauen. Die brauchen wir unbedingt. Dann brauchen wir ein Fischerboot. Du kannst ebenfalls Holz fällen gehen. Und wir brauchen sehr viele Holzfäller aktuell. Wir nehmen schon mal eine weitere Person. Schon wieder eine erstellt. Das geht aber fix hier heute. So, jede Menge Holz. Du kannst jetzt Essen sammeln. Noch zwei weitere Fischerboote. Und wir sind relativ gut ausgestattet. Du kümmerst dich um die Farm hier oben. Nicht genug Holz, das war klar. Aber wir haben schon mal einen Marktplatz und können demnächst den Pflug erforschen. Du kannst ein paar Bären sammeln. So, dann bekommen wir schon mal weitere Gegenstände. Das ist gut. Und wenn wir erstmal ein bisschen Gold haben, können wir auch die Forschung ein bisschen voranbringen. Das ist noch besser. Unter anderem die Metallverarbeitung. Die ist wichtig. Wir haben den Pflug, das Handwerk. Müssen wir erforschen. Das Rad, damit sich unsere Leute schneller bewegen. Das sind alles Dinge, die wir uns gleich zu eigen machen. Weitere Dorfbewohner kommen nicht. Wir müssen erst Gold sammeln, um in die Eisenzeit voranzuschreiten. Währenddessen fahren wir noch ein bisschen mit dem Boot durch die Gegend. Erkunden die Gegend. Um herauszufinden, wo sich die Feinde und vielleicht sogar ein feindlicher Hafen befinden. Hier befindet sich offensichtlich weder das eine noch das andere. An dieser Stelle würde ich tatsächlich speichern wollen. Sicherheitshalber. So, und dann darfst du wieder runter. Viel Erfolg. Kriegen wir es hin. Wir kriegen es hin. Auch wenn es dauert. Dann entwickeln wir jetzt schon mal das Handwerk. Ein weiterer Dorfbewohner wird mir jetzt die restlichen Gebäude bauen, die uns noch fehlen. Ihr könnt demnächst auch weitere Farmen gründen. Und wenn wir den Pflug erforscht haben, dann geht es sogar noch schneller aufwärts. So, bleib mal stehen. Du bist da. Herzlich willkommen. Ein Tempel, ein Regierungsgebäude, ein Bauernhof, ein Marktplatz, ein Stall. Stall haben wir. Eine Bogenschießanlage und eine Kaserne sehe ich hier nicht bei uns. Das heißt, ich baue auf jeden Fall eine. Bisozimt ist aktuell am weitesten. Erstaunlicherweise, dabei sind wir jetzt nicht unbedingt die schnellsten und besten. Aber wir geben uns die größte Mühe. Wir werden jetzt schon mal das Rad erforschen, damit unsere Leute schon mal ein bisschen schneller sind. Nachdem sie mit der Holzverarbeitung soweit durch sind. Und dann können wir auch die Türme zu Abwehrtürmen machen. Damit diese ein bisschen mehr durchhalten. Eine Forschung ist durch. Sehr gut. Die Holzverarbeitung geht jetzt schneller. Und wir haben hier oben soweit alles erforscht. Also es scheint so, als wenn sich hier links nichts befindet. Wir werden jetzt gleich mal jemanden rüber schicken, der das Ganze erkundet. Das machst am besten du. Du gehst einfach mal rüber. Ich bin gespannt, ob wir da irgendjemanden oder irgendetwas finden. Es gibt die Kanaaniten, die Phönizier. Sowohl in gelb als auch in rot. Und es gibt die braunen. Ja, und ich bin mir relativ sicher, dass wir die Türme aufstufen sollten. Einer der Bogenschützen ist tot. Der zweite hat überlebt. Dank des Turms. Hier gibt es Steine. Hier gibt es Gold. Hier gibt es so einiges, was wir abbauen können. Und wir sollten es auch nutzen. Das heißt, zwei weitere Dorfbewohner können nicht schaden. Wir werden auch noch weitere Häuser bauen, damit noch mehr Leute bei uns leben können. Und sie leben dann ja nicht unbedingt in den Häusern, aber wir haben auf jeden Fall mehr Platz. Denn wie ihr gerade gemerkt habt, ist einer tot. Du kannst jetzt schon mal ein weiteres Lagerhaus hier drüben gründen bei dem Gold. Und das Gold abbauen. Viel Erfolg. So, und du baust mir ein Regierungsgebäude, ein Tempel. Nein, du baust erstmal eine weitere Farm, damit wir noch schneller an Essen kommen. Die anderen beiden sind noch am Bärenpflücken. Wenn die weg sind, dann werden wir auch hier weitere Farmen gründen. So, und du kannst tatsächlich irgendwas bauen, was wir auch wirklich gebrauchen können. Einen Stall, einen Marktplatz, eine Waffenschmiede oder eine Akademie. Die Akademie hat zwar sehr starke Hopliten mit dabei, aber wir brauchen sie jetzt im Moment nicht unbedingt. Ich würde tatsächlich eher einen Tempel bauen, um meine Leute zu heilen, falls sie dann nicht mehr ganz so fit sind. Gucken wir mal, was der Abwehrturm benötigt. Ich denke mal Stein. Ein Abwehrturm. Da. 50 Steine, 120 Fleisch. Das nehme ich mit rein. Und den besseren Pflug nehmen wir ebenfalls. Dann werden wir uns den verbesserten Bögen widmen. In der Hoffnung, dass alle, das heißt auch der Turm, da natürlich noch ein bisschen an Kampfkraft dazu gewinnt. Hier gibt es keine weiteren Steine. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Wir müssen tatsächlich über das Wasser hier drüben hin, um die Steine zu holen. Und wahrscheinlich werden uns unterwegs auch noch Schiffe abfangen, die wir kaputt machen müssen. Damit das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Gold wird abgebaut. Wir werden jetzt jede Menge Gold bekommen. Das heißt auch jede Menge Schiffe können gebaut werden. Und wir werden in die nächste Zeit voranschreiten, um dann noch stärkere Schiffe bekommen zu können. Gerade eben auch die Ägypter waren ja schon dafür bekannt, dass die am Anfang mit Booten sehr viel unterwegs waren. Eigentlich auch die Phönizier. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Phönizier als handelnde Leute uns so dermaßen fertig machen wollen. Na gut. Sei wie es sei, Kartoffelbrei. Wir haben schon wieder eine Forschung abgeschlossen. Jetzt haben wir Abwehrtürme, die schon mal plus 1 in Schaden bekommen haben. Und 6 plus 2 in Reichweite. Immerhin. Und es gibt schon die Streitwagen. Es gibt unseren Priester. Wir könnten mittelgroße Welle machen, aber ich glaube nicht, dass wir irgendwelche Welle brauchen. Wir sammeln jetzt erstmal so lange Gold und Fleisch, bis wir in die nächste Zeit, die Eisenzeit, voranschreiten können. Warum machst du nichts? Geh los! Die Bären sind bald durch. Das freut mich. Dann können wir endlich die weiteren Farmen gründen. Wieder ist eine Forschung abgeschlossen. Wir sind von der Forschung her sehr weit. Weiter noch als diejenigen, die zu uns kommen. Ihr habt es gerade gesehen, die hatten noch ein kleines Boot. Wir können mittlerweile schon Kriegsgalären haben. Und ich warte darauf, in der nächsten Zeit dann die besseren Galären fertig machen zu können. Vorausgesetzt, sie sind freigeschaltet und wir dürfen es. Ist ja auch noch so eine Sache. Das hast du schön erbaut. Wunderbar. Ein Regierungsgebäude ist auch nicht verkehrt. Manchmal hat das Regierungsgebäude doch Forschungen und Dinge, die wir tatsächlich auch gebrauchen können. Gerade auch die sind dann immer mit Gold aufzuwerten. Gold und Fleisch gehen dort massenweise drauf. Am liebsten würde ich die anderen Forschungen schon machen, aber ich brauche das Gold, ich brauche das Fleisch. Sonst haben wir da keine großartige Chance. Was ich sein lasse, sind die Waffenschmieden. So gern ich Katapulte und Ballisten auch habe, aber Katapulte sind mir einfach zu langsam. Und Ballisten, naja, die sind einfach zu zerbrechlich. Die kann man wirklich nur im Hintergrund einsetzen, während Bogenschützen von vorne schießen. Ansonsten sind die nach zwei, drei Schlägen kaputt. Die Akademie ist auch schön, aber die Hopliten sind sehr langsam. Und die muss man auch immer erstmal an Ort und Stelle bringen. Im Moment sind wir, dadurch, dass wir auf einer Insel sind, mit Pfeil und Bogen relativ sicher, weil wir dann die Leute und die Boote beschießen können. Währenddessen wird weiter Gold abgebaut. Ich hoffe, dass das Gold hier oben noch einigermaßen hält. Ach, guck mal, nee, stimmt. Der hat das Gold hier oben abgebaut, deswegen macht er auch nichts mehr. Dann gehen wir jetzt hier rüber, lassen ihn ebenfalls Gold abbauen und werden nachher noch den einen oder anderen nehmen, der gerade Holz holt, um Steine abzubauen. Denn Steine werden wichtig sein. Kommt mal bitte hoch. Hier könnt ihr weiterfischen. Da haben wir keine Probleme. So, ist gut. Der wird jetzt erstmal beschossen vom Turm. Der Turm weiß, was er tut. Das Boot nicht. Und er bekommt auch nur geringfügig Schaden. Während er vier Schadenspunkte einsteckt, hat er jeweils nur einen Punkt. Er hat 150 Lebenspunkte, er hat gerade mal 120. Oh, das sieht böse aus. Das sieht sehr böse aus. Ja, das war zu erwarten. Das Katapult schießt nicht auf naheliegende Leute. Die Leute halten verdammt viel aus. So ist gut. Also wir sind die Roten losgeworden. Wir müssen uns aber tatsächlich wieder um Verteidigung kümmern. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal die nächste Zeit voran. Können jetzt noch gucken, was wir übrig haben. Und das nutzen, um neue Leute auszubilden bzw. zu rekrutieren. Da drüben sind noch Leute. Na ja. Du sollst kein Holz fällen, du sollst Steine holen. Gut. Wir schreiten in die Eisenzeit voran. Das ist schon mal ganz praktisch. Deswegen war hier eben auch ein Boot, das geschossen hat. Grün? Ach nee, das ist gelb. Gut, wir erforschen das nächste. Architekturschrift entwickeln. Gemeinsam erkunden mit Verbündeten. Hochadel 15 Lebenspunkte für Pferdeeinheiten. Kamelreiter. Bedingung für Sensen. Streitwagen. Logistik entwickeln. Kasernen. Einheiten zählen nur als halbe Bevölkerungseinheit. Klingt auch nicht schlecht. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Verteidigung für alle. Wir forschen erstmal das hier. Die Forschungen laufen durch. Also wir haben gerade drei Forschungen. Bin gespannt, wie es noch weiter geht. Eine Forschung ist durch. Wir haben schon mal unsere verbesserten Bogenschützen können. Das Ganze noch weiter verbessern, um Kompositbogen zu bekommen. Ist noch mal ein bisschen stärker. Und anschließend werden endlich die Leute ausgebildet. So wie wir es haben wollen. Und ich freue mich jetzt auch schon auf die Eisenzeit. Denn in der Eisenzeit gibt es wieder bessere Türme. Mehr Möglichkeiten. Muss jetzt mal leider mit runterkommen. Verbesserter Bogenschütze. Einfacher, Verbesserter. Und wir sind gerade dabei, dich zum Kompositbogenschützen zu machen. Das heißt, du wirst wieder stärker. Soll er ruhig unseren Hafen beschießen. Das macht er nämlich nicht mehr lange. Sobald wir in der nächsten Zeit sind, werden wir dafür sorgen, bessere Schiffe zu bekommen. So, noch einer baut die Beeren ab. Und wir sind in der nächsten Zeit. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommen wir zu Treremen. Treremen sind, ja, ich würde sagen, mitunter die stärksten Schiffe. Wir müssen jetzt erstmal weitere Häuser bauen, dass wir auch wirklich noch ein paar Leute unterbringen können bei uns. Die Gebäude halten wesentlich mehr aus. Sie sind wesentlich schöner. Sehen jetzt auch ganz anders aus. Es gibt sogar Elefantenschützen. Die halten sehr viel aus. Haben zwar nicht ganz so viel Schaden, aber die Verteidigung ist enorm. Ballistik entwickelt. Türme und Fernkampfeinheiten besitzen eine verbesserte Genauigkeit gegenüber beweglichen Zielen. Bedingungen für Geschützturm. Außerdem Aristokratie. Akademieeinheiten bewegen sich 25% schneller. Alchemie. Erhöhter Schaden durch Projektile von Fernkampfeinheiten und Feuergalieren. Zusätzlich Technik. Zwei Reichweite für Belagerungswaffen. Belagerung Schiff. Ausbedingungen für schweres Kriegsschiff. Ich bin jetzt erstmal froh, wenn wir die Trämen bekommen. Du wirst jetzt ebenfalls noch eine Farm gründen, mein Lieber. Dann müssten wir eigentlich genügend Essen zusammenkriegen. Und wir bauen einen Wachturm. Dafür brauchen wir die Steine. Wir werden auch nachher noch Steine von unten holen. Während hier die Verteidigung immer weiter ausgebaut wird. Wir werden von oben angegriffen. Ich hab's mir fast gedacht. Okay. Dann brauchen wir jetzt bitte unsere Kompositbogen schützen. Das finde ich jetzt aber nicht so witzig. Wir werden von oben angegriffen. So, jetzt ist das Katapult verwirrt und wir haben's getötet. Sehr schön. Es hat geklappt. Ich hab mir eben schon sehr große Sorgen gemacht. Ach guck mal, wir haben noch ein Boot. Kommen wir mit zum Turm. Werden wir die neuen Turm schon mal erforschen. Sicher, sicher. Dann müssen wir neue Dorfbewohner haben. Ach, Leute. Hier unten werden wir immer noch angegriffen, aber nicht mehr lange. Jetzt holen wir uns erst mal Drehrämen. Die zweimal stärker sind als diese Erkundungsschiffe. Ich hab mir eben wirklich Sorgen gemacht. Deswegen war ich auch sehr ruhig. Münzprägung entwickelnde Arbeiter in Goldminen arbeiten schneller und tragen 3 Gold, 10 Produktivität. Goldmine gebührenfreie Tribute. Handwerkskunst 2, Holz tragen, eine Fernwaffenreichweite. Klingt auch sehr, sehr gut. Allerdings braucht man dafür mehr Essen. Und Essen müssen wir erst mal holen. Du wirst hier erst mal reparieren, bitte. Du wirst das Ding reparieren. Das sieht gut aus. Und er bekommt kaum Schaden. So mag ich das. Oh, die Drehrämen gefallen mir. Dann gibt es schon die Katapult-Drehrämen, die ich aber nicht erforschen werde. Wir werden jetzt erst mal dafür sorgen, dass unsere Projektile besser treffen. Das heißt, 200 Fleisch, 50 Gold gehen dafür drauf. Hier hinten sind die Leute immer noch am abbauen. Du kannst jetzt helfen beim Gold. Denn du bist ja soweit mit den Steinen durch. Und wir haben die besseren Türme. Wachtürme. Jetzt noch mal mehr Schussreichweite. Mehr Angriff und... Ich glaube, mehr Verteidigung ist das, ne? Ich kann es nicht ganz entziffern. Auf jeden Fall haben wir jetzt zwei Drehrämen, die unseren Hafen beschützen. Endlich. Gut, du kommst wieder zurück. Hier ist alles repariert. Wir können das Weltwunder bauen. Das werden wir später machen. Jetzt werden wir uns anderen Dingen widmen. Ein Regierungsgebäude, ein Bauernhof. Du wirst jetzt einen Bauernhof bauen. Oder auch nicht. Du brauchst zu lange. Jetzt ist es fertig. Sehr schön. Denn wir brauchen wesentlich mehr Fleisch. Es muss schneller Fleisch ran. Wir nehmen noch zwei weitere Dorfbewohner. Haben ja jetzt wieder Platz für weitere Leute. Meute könnten sogar Kriegselefanten mit einsetzen, um die Meute fernzuhalten. Und die sind auch sehr, sehr gut gegen Katapulte, weil sie einiges aushalten. Komm mal ruhig weg da. So ist gut. Macht sie fertig. Verdammt. Genau, hau ab, hau ab. Die Bösewichte dürfen keine Chance haben, uns zu besiegen. Und wir werden jetzt schon mal einen Priester bauen. Der unsere Leute heilt. So, du kümmerst dich wieder weiter um deine Farm. Du baust noch eine neue Farm. Und dann komm mal einen Priester. Und wir müssen jetzt werden nessa. Kümmerst dich wieder weiter. Also du kümmerst dich wieder an закрыt.